. Hochkonzentriert bist du? Wie findest du das Spiel? Es ist lustig. Es ist lustig. Ihr werdet es gleich sehen. Hau es auch wieder in 20 Sekunden durch. Ich sehe es schon kommen. Dann erschüttel dir jetzt mal deine 1000 Euro. Gleich geht es los. Und ich freue mich schon auf die Slow-Mo danach. Ja, ich auch. Der Kandidat hat noch drei Leben. Das Spiel beginnt. In drei, zwei, eins. Auf jeden Fall ein Fan von elektronischer Musik. 40 Sekunden. Ja. Ja. Alles raus? Ja. Servus. Servus. Alles raus oder? Ja! Ja! Wunderschön! Wunderschön! Ah, komm! Wunderschön! 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 1000 Euro! 1000 Euro! Und du siehst super aus! Ja, ist halt so. Also für eine Ex-Mess Germany bist du ganz schön uneitel. Ach du, das war... War das 2008 Mal, das war cool. Jetzt gibt es halt andere Projekte. Die perfekte Minute. Ja, zum Beispiel. Hier gibt es auch mehr Kohle. Ja, genau. So gut. Musst du mal durchatmen oder sollen wir das nächste Spiel schon mal abrufen? Wir können schon mal abrufen. Ach so, mach ich überhaupt weiter, klar. Ja? Ja. Du hast gerade gesagt, bam, 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 du ziehst es durch. Ja. 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 Ja.